Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft. Ich bin hier wieder auf den Green-Namen Server wählen. Wie auch immer. Auf der Serverwahl. Ich würfel jetzt mit den 1er Würfeln. Mit den 1er Würfeln. Mit den 8er Würfeln. Weil die 2 6er. Da würde der Norganon einmal weniger gewürfelt. Deswegen mit den 8er. Da kommt jeder mindestens einmal ran. Und ich würfel mal. Schau eine try. Das ist dann. Die Augustwacht. Komisch. Letzten 2. Die Augustwacht noch unten. Ach das ändert sich sogar immer. Ist ja witzig. Okay. Und dann schauen wir mal hier. Da nehme ich jetzt 1 6er Würfel. Ich habe jetzt hier alles parat. 2 6er Würfeln und 1 8er Würfel. Was. 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 Okay. Okay. Gut. Dann wirf ich jetzt mit den. Oh. Die muss ich jetzt erst noch hoch spielen. Na gut. Dann zock ich die ganz schnell hoch. Und dann. Wenn man in einem. Ab Level 10. Kann ich ja PvP machen. Gut. Und. Mit 2. Das wäre der. Paradin. Oder Paladinin. Rachel. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn Rachel Level 10 ist. In der PvP Runde. Ich werde mich bei. Dass ich noch gleich eine Runde finde. Okay. Bis dann. Ciao. So. Da bin ich wieder. Bin. Beste der. Was. Gießt. Beste der. Silberschwingen. Okay. Ich habe jetzt. Ganz schnell. Auf Level 10. Gezockt. Naja. Was. Ganz schnell. Ungefähr. Für. Die. 5. Level. 45. Minute. Gebraucht. Und. Kann ich weg machen. Ja. 45. Minute. Ungefähr. Gebraucht. Für. Die. 5. Level. Und. Ich bin. Jetzt. Auf. Vergelter. Gegangen. Und. Der. 2. Weg. Wird. Später. Dann. Ähm. Heiler. Irgendwann. Mal. Das ist hier mein schöner kleiner Begleiter. Den finde ich richtig süß. Findet ihr nicht? Ich finde den süß. So. So. Da kann man uns. Aber. Und. Spaffen hier. Vielleicht noch. Buff. Food. Darbei. Komm. Dann wäre es hier. ich will reiten kann ich eigentlich schon reiten ich glaube nicht warum ist er nicht rot hinterlegt schiffgröte kann reiten ja die mehrschildkröte muss ich rausholen warum kann ich mein shopper nicht fahren für meine mehrschildkröte geht aber shopper nicht oh ein ehrenhafter sieg ich kann nur mehrschildkröte die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Na, komm schneller. Ärgerlich. Komm her, wer seid denn auf? Wir reiten um die Wette mit der Meeresschildkröte. Na super, hätte ich das von gewusst. Ich hatte so eine Quest, da musste ich zu einer Insel rüberschwimmen. Ich hätte die Meeresschildkröte genommen. Hätte ich das mal gewusst, was ich mit der schon ab, keine Ahnung, ab 1 benutzen kann. 1-0 für die Allianz. Hey, hey, wir gewinnen. Ach Mensch, ich wollte dich doch gerade umarmen. Hätte ich den Erfolg gekriegt, den ein hier mit, keine Ahnung, da ist. Ich hab hier Heile rein. Da ist nur einer. Oh, genau dann gekriegt, wo ich gestorben bin. Ärgerlich. Oh, was soll's? Mal mal einen Schimitz von der hören. Single Draenai Frau sucht Schmied mit Schleifscheibe, der sich um sie und ihre wundervollen Rufe kümmert. Mist, ich hab die Boxen so leise. Was hat die gesagt? Nochmal. Warum haben alle Schwierigkeiten mit dem Namen meines Volkes? Es klingt genau so, wie man es schreibt. Genau. Warum haben alle Schwierigkeiten, die haben auch schon Sprechen ihres Volkes? Tränei, oder nicht? Tränei, Tränei, Tränei. Naja, noch ein Witz. Ich habe ein wundervolles Rezept. Man nehme zwei Gnome und zwei Eier. Schlag die Gnome und trennt die Eier, oder was? Ach, Kleinigkeiten. Ja, die sind echt. Und man kann Glas damit schneiden. Die Hörnern? Wie genau rast man in einen Planeten? Kann mir das mal jemand erklären? Tja. Das kennt die Träneis ja am besten, ne? Wie ist das? Exodar. Genau. Die Hauptstadt der Träneis ist Exodar. Ja. Dieser Planet verfügt über ein enormes Sandsteinvorkommen. Die Einwohner müssen unermesslich reich sein. Wo sind die denn? Was? Krass. Das war krass. Wenn ich tot bin, kann ich leider kein Bitte erzählen. Ich muss dafür leben. Guck. Mal kann man so ein Zeichen mit den Toten, könnte ich keinen Witz erzählen. Gibt's gar nicht mehr. Witzig. Schaut mal meinen Huf an. Sieht der Riss entzündet aus? So. Das war meine erste Runde. Und die habe ich gleich 3 zu 0 gewonnen. Ne, ne, Güte. Oh. Ich war der zweitschlechteste. Egal, das hat gereicht. Ah. Gut. Okay. Das war meine Runde bei World of Warcraft. Ich würde mir freuen, wenn ihr aber nächstes mal drüber seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.